Ja, haben wir schon gemacht. Gehen wir weiter hier hoch. Ah. Das Rad des Schicksals wird dich ins Land weisen, wo alles anfing. Ja. Passt perfekt. Das ist wie ein Motor oder so. Oh oh. Oh oh. Gehen wir mal rein. Oh shit, das ist dunkel. Wir sind wieder zurück in der Burg. Aber uns wird der Weg natürlich ausgeleuchtet, weil wir diesen lustigen Kristall aufgenommen haben. Macht auch ein bisschen mehr Sinn, als wenn Dante von selber leuchten würde. Schon genial, wie es damals schon auf der PS2 so ein dynamisches Licht gab. Begeistert. Okay, hier ist wirklich alles dunkel. Scheiße. Ist da hinten die Statue weg? Tatsache. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Fragment, denke ich. Yes. Wieder voll. Noch eine blaue Kugel. Noch mehr Leben. Okay, ich muss irgendwie da drauf. Oh oh. Hört sich gar nicht gut an. Scheiße. Muss ich beeilen. Okay. Dann mal los. Was passiert jetzt? Oh oh oh. Er wird zum Leben erweckt. Tatsache. Scheiß Geist. Fledermaus. Da haben wir, denke ich mal, unseren nächsten Boss. Äh. 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 Ach du Scheiße. Nimm sogar direkt Menschengestalt an. Ein Vampir, hä? Ich hab ehrlich gesagt, äh, null Bock gegen den zu kämpfen. Der verschwert mir mal hier mal ordentlich den Weg. Fickt der mir auch hinterher? Macht nicht den... Der fliegt gegen... Der fliegt tatsächlich gegen die Statue. Wenn dann mal das Viech anvisieren würde, was er aber nicht tut. Ich komm dem Viech mal ein bisschen nah. Wow. Da kommt es runter. Einschlag nur. Oh fuck. Was ist das? Ja. Fürs Erste, denke ich. Ich war gebrochen. Perfekt. Dann hat man in die Tür. Wow. Was eine düste Atmosphäre. Ich liebe das. Coole Sprüche. Geile Action. Und das macht Devil May Cry aus. Und natürlich, Leute, wenn ich das durch hab, werde ich dem Spiel natürlich eine Review verpassen. Oh, ihr seid dabei. Scheiße. Oh mein Gott. Da hat er sich geteilt. Oh fuck. Mein Gott. Die gehen mir auf die Nerven. Dankeschön. 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 Scheinbar so, als ob das Viech in jedem Raum wäre. Boah, Gewitter. Super düster. Fuck. War hier nicht ein Aufzug irgendwo in der Ecke? Vielleicht die andere. Irgendwie ist der Aufzug weg. Ich kann schwören, da in der Ecke war ein Aufzug. Nochmal durch die rote Tür. Na, natürlich. Ja, klar. Yeah. Endlich krieg ich mal gute Kombos hin. Weg mit dir. Werde aber nur mal in den Raum gehen. Da ganz hinten. Da haben wir 440 Google. Ich weiß, dass man da was kaufen kann. Das Bild war vorher doch nicht da. Ich hab keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht vorlesen. Hier ist nichts. Hier können wir nur das Zeug kaufen. Ah, wieder raus. Und den Gang runter. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich den... Oh, da kommen die wieder. Ich weiß sogar, wo ich den einsetzen muss. Oh, shit. Ja, voll Energie. Perfekt. Den Gang runter. Hey, die waren vorher auch noch nicht da. Was zum Teufel geht hier vor sich? Mittleren Alters. Okay. Das Ding kann ich nicht zerstören? Nee. Warum auch immer. Äh, hier war doch auch irgendwie eine Tür. Was geht hier vor sich? What da? Erstmal kloppen wir hier drauf. Was auch immer das jetzt getan hat. Zum Teufel. Ich hab so Schiss hier drauf zu gehen. Macht aber nix. Macht nix. Nee. Hier haben wir ja dieses eine Teil bekommen. Oh, oh. Da haben wir noch was zu kloppen auch. Irgendwas aktiviert das. Das ist hundertprozentig. Ich kann auch gerade hier nicht irgendwie rein. Na. Die Tür bewegt sich kein bisschen. Okay, jetzt hab ich's wieder... ...wiederbelebt. Würde ich mal sagen. Also hier in die Pfütze kann ich nicht rein. Was hat das mit den Dingern auf sich? Licht pulsiert so komisch. Komische Dämonengeräusche. Oh, fuck. Hm, merkwürdig. Aber es gibt vier von diesen Tafeln. So viel weiß ich. Aber die brennen alle gleichzeitig. Das heißt, ich muss nicht einfach rumlaufen und... ...alle aktivieren. Ja, Musik hat kurz gestoppt. So merkwürdig. Was muss ich hier machen? Licht ist plötzlich grün. Was war das mit diesem Ding hier auf sich? Wir konnten kurz da reingucken und alles, was ich weiß, ist, dass der Raum da drin gespiegelt wird. Die bewegt sich auch kein bisschen mehr. Das heißt, ich bin hier drin gefangen. Wow. Ich hab mal so keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Mein erster Gedanke war... ...auf die Dinger hauen... ...und dann sich in irgendeinen Kreis stellen, aber... ...naja, das macht auch nicht wirklich was. Vielleicht ist ja auch nur ein... ...so ein Teil richtig. Naja, er bewegt sich kein bisschen, selbst wenn die Dinger leuchten. Und die natürlich auch nicht. Was zum Henker? Hinspringen kann ich da auch nicht. Zum Teufel damit! Wofür sind die Dinger da? Welches Ding hab ich denn noch nicht kaputtgekloppt? Das, ja. Okay, was hat sich jetzt hier aktiviert oder auch nicht aktiviert? Eine Stimme in meinem Kopf spricht zu mir. Das blaue Steinsborgen. Da haben wir's doch. Ich muss einfach nur mit dem Ding sprechen, ey. Wie hättet ihr das gedacht? Oh, shit. Was ist das denn für ne Grütze? Oh, Gott, der grüne Schleim wird uns alle holen. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme damals aus den, weiß ich nicht, 40ern, 30ern oder was du auch immer kennt. Mit diesen grünen Schleimdingern, die aus dem Sumpf kommen. So komm ich mir grad vor. Klasse, ich darf das Ding erstmal beobachten. Gucken, was das Viech überhaupt vorhat. Das Viech kommt mir auch immer näher. Okay, Schaden kann ich dem Vieh auch nicht wirklich zufüllen. Denker. Können die Dinger wieder aktivieren? Ich kann diesmal über die Pfütze laufen. Joa, das Vieh mag mir ja nicht. Ich bin doch nur eingefroren. Ja, klar. Wie mach ich dem Vieh Schaden? Ist die Frage. Ich muss nur die Hände einfach ohne, dass ich die treffen kann. Naja, alles, was das Ding macht, ist, mich hier fangen, glaube ich. Naja, ich kann mich nicht bewegen. Hat sie mich direkt getötet? Nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck? Aber... Wow! Ist das die Hölle? Sind wir in der Hölle? Ich glaub, wir sind in der Hölle. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Aber dieses Ding sollten wir kaputt kloppen. Guckt mal her, ich mach euch alle fertig. Mit Kugeln. Ja, wo muss ich denn da hin? Durch den durch. Okay. Gott, das war's. Ja, ja, auf der Zappel. Scheiße, da verschlingt uns das Vieh und wir kommen in die Hölle. Wow! Viecher meins Ernst. Da kommt das Viech runter. Jao! Jawoll. So, und jetzt? Jetzt haben wir wieder eine Bossanzeige. Da! Da kommt so ein Spinnenviech angekrabbelt. Oh! Ah, ein kleiner Boss. Oh fuck, von der Seite geht's natürlich wieder nicht. Oh shit! Ah! Ah! Los, wir sind in Ruhe. Ich hab keine Energie mehr. Teufelsanzeige füllt man der Energie wieder geringfügig auf. Auch wenn das Viech mal nicht die ganze Zeit springen würde. Kann's nicht mal. Guck mich an! Guck mich an! Jawoll! Guck doch. Und durchkugeln. Dann kommen wir jetzt wieder aus der Hölle raus. Scheint wohl so. Das Viech wird garantiert immer noch oben sein. Oder hab ich dem Viech Schaden zugefügt? Wow! Ja, so fügen wir dem Viech Schaden zu. Wir müssen das Licht in das Viech bringen. Das Viech mit Licht erfüllen.